Rohr hat eine Nachricht und ihr habt da alles da. Es kann sein, Rohr, Freunde, ist 21, während wir in L.A. sind. Kann sein, dass der Typ nie wieder zurückkommt, der wird da bleiben. Ja, aus Las Vegas, das könnte ganz verrückt werden da drüben. Ich habe einfach Geburtstag, ne, in L.A.? Ja. Wir sind in Vegas, Baby. Sind wir währenddessen in Vegas, während mein Geburtstag? Ja, wir können das wieder in Las Vegas sind, Bruder. Nee, sind wir während mein Geburtstag in Vegas? Yes, Baby. Bruder, lasst du dich. Du bist mit deinen zwei Brots. Nee, ja, das ist ja verrückt. Danke an alle Subs. Glenn, Christian und Jabak, danke für das Subs. Wolfsrudel wird da gebildet an den Abend. Ich will verloren gehen einfach. Ich will unter einer Brücke landen. Ich sage dir, Eli, ich gebe dir jetzt den Call und verspreche ich, wenn ich gut genug drauf bin, gibt es eine Heirat von mir. In Vegas, kannst du als Titel machen. Was denn? Ich kotze denn schon. Ja, ich und Sidney heiraten in Vegas. Das wäre wirklich lustig. Sidney und Willi wollen heiraten in Vegas. Stell dir vor, wir stehen am Altar. Wer ist die Frau? Ich kriege so ein schönes Bräutigam. Melle schminkt mich. Es leckt. Es leckt hier. Mann, mein Gegner. Es steht 7-0 in der scheiß BL-Quali. Er geht nicht raus. Bitte. Ich glaube, das wird eine lustige Zeit in L. Beste. Oder Hangover. Lockere. Elevate-Gutschein. Elevate-Gutschein. Roach-Moach. Komm jetzt doch was schön. Roach wieder mit Elevate-Stuff am Stizzle. Ach. think? Das war die Frau. Bis zum nächsten Mal.